Lass uns mal gerade machen, dass Kampau... ...dann der Dialog dann... Ja, der kent ist sich gleich. Da ist ein paar Mühe und da schrecken mich. Genau. Genau. Wenn man sich so gut hören... Ja, wie mach ich das? Das ist nicht so schlimm, aber das Mikro ist falsch rum. Kannst du mal einer lachen? Ja, wie mach ich das mal? Das steht, Alter. Spider-Man Game. So, wollen wir jetzt weiter drehen? Okay. Oh, verdammt. Können wir das gleich nochmal machen? Ja. Was wir vorhin besprochen haben, du kommst ein, du wirst immer langsamer, du stützt dich ab. Und wir ziehen die komplette Szene jetzt durch, ohne Christian erstmal, wie du nach dem Teteck reist. Und lies ihn ruhig, da habe ich was zu schneiden.